Geben, schieb ich... Oh, oh, oh! Alex, mein Handy ist kaputt, sagst du deine Mama. Ja? Und wenn du mit Akkutzen musst, dann sollst du diese Menschen jetzt da anstehen. Ja? Dann sollst du die anstehen. Hey, hier! Auf, auf! Tatsch, tatsch, tatsch! 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 Nein! Heli Tunnel! Ja! Peter Fagis dann auch in einer Zeitung 33,72.